rose fröhlich echter patientenfall heute mit der fragestellung nix ernie sondern magen op und keine gewichtsabnahme mehr also ernie ist jetzt mal zur seite der heute so runde zu ich bin die rose fröhlich eure ernährungstante diätassistente mit kassenzulassung und eigene praxis und zum patientenfall zurück also ich hatte einen patienten in der beratung da ging es um die thematik dass derjenige einen magen op hatte und dass diese magen op schon etwas länger her war also war ungefähr ein halbes jahr jetzt her und die gewichtsabnahme stillstand zeigt er also das gewicht überhaupt gar nicht mehr runter ging und dann kam er mit der fragestellung zu mir was nun gutes tun also als erstes ist wichtig die eiweißquelle des des tages sozusagen anzuheben also zu jeder mahlzeit zu gucken dass genügend eiweiß gegessen wird man sagt immer im durchschnitt zwischen 70 und 90 gramm eiweiß natürlich darf es auch mehr eiweiß sein das heißt mindestens 70 besser 80 90 und wer will kann auch in 100 bis 120 zum beispiel hochgehen je mehr eiweiß gegessen wird desto besser ist die gewichtsabnahme man kann sich immer merken der körper braucht energie einmal das eiweiß für die muskelzellen um natürlich auch mehr energie zu verbrauchen auf der anderen seite muskelzellen aufzubrauchen und man kann sich auch mal gut vorstellen wir brauchen energie damit wir das körperfett auch abbauen können und dann ist es so dass man lange nüchtern phasen also ich erlebe es immer wieder dass kliniken die empfehlungen geben mit drei mahlzeiten lange pause dazwischen das kommt ja so ein bisschen aus der low carb geschichte meine erfahrungen sind da nicht so gut ich würde immer mehrere mahlzeiten einbauen also drei hauptmahlzeiten frühstück mittag abendbrot und wer kann zwischen mahlzeiten das heißt vormittags kaffeezeit und wenn ich abendbrot gegessen habe gerne auch noch eine spätmahlzeit manchmal je nachdem wie lang die taktung ist und wenn wir schlafen gehen können das am abend auch zwei mahlzeiten sein für diese zwischenmahlzeiten ist es immer wichtig zu gucken dass die eiweißquelle kommt um sozusagen den eiweißgehalt des tages anzuheben außerdem führt das eiweiß nicht zu einem hohen insulin anstieg sondern in der regel gar keinen oder nur einen geringen also joghurt zum beispiel macht ein bisschen insulin anstieg ohne wenn ich jetzt das obst drin habe aber in der regel ist es so dass die eiweißquellen eben immer nur einen flachen insulinspiegel machen und dadurch das körperfett einfach besser abgebaut werden kann daher vorsichtig mit den kohlenhydraten wenn ich nämlich zu viele kohlenhydrate einbaue oder sie vor allem gleich als erstes esse wie bei warmgerichten reis nudeln kartoffeln verzeihung werden beim magen op ja meistens ganz gut vertragen aber reis und nudeln muss man immer gucken ob es geht generell gilt erst die eiweißquelle gemüse eiweißquelle zu essen und wenn dann überhaupt noch platz ist dann erst vorsichtig die kohlenhydrate ziel eiweiß zuerst essen damit was eiweiß auch annehmen können also alles gemüse eiweiß lässt sich gut merken und wenn man das in den mahlzeiten beherzigst zu gucken wo habe ich das eiweiß drin dann funktioniert die gewichtsabnahme in der regel auch sehr gut und vorsichtig nüchtern phasen durchbrechen die frage ist oft auch immer wie lange darf so eine phase sein ich habe sehr gute erfahrungen gemacht wenn man eine mahlzeit also der hauptmahlzeit hat frühstück mittag abendbrot dann kann man zwei stunden später ungefähr eine zwischenmahlzeit einbauen es gibt auch die möglichkeit wenn ich jetzt über einen längeren zeitraum 23 stunden die möglichkeit habe etwas zu essen kann man sich zum beispiel einen käseteller machen ein bisschen obst man kann kräuterquark machen gemüse einstippen es geht die möglichkeit brot oder brötchen mit belag wie frischkäse käse es geht auch so was wie meld salami sticks also da kann man ein bisschen mixen einfach das brot kann man auch klein schneiden wie man es bei den kindern macht und dann haben wir die möglichkeit dass wir hier die zwischenmahlzeit auch über einen zeitrahmen ziehen das können viele machen in der brotbox mitnehmen sie im auto sitzen das ist die möglichkeit zwischen den kunden also vor kundenkontakt nach kundenkontakt eiweiß shakes gehen natürlich auch mal gut wer mag mit quark joghurt obst zum beispiel wer will pulvershakes wer es geschmacklich mag brot kleinschneiden habe ich glaube schon gesagt in die brotbox kann auch immer sehr gut gekochtes ei wer mag man kann auch ein spiegelei klein schneiden wenn es von beiden seiten zum beispiel gebraten ist also fester einfach ist damit das eigelb nicht ausläuft käse würfel gehen gut salami sticks gehen gut ich kann ein bisschen wurst nehmen und zum beispiel gekochten schinken auch in frischkäse ein bisschen rein machen und als wickel machen also als kleine röllchen sozusagen das heißt es gibt mehrere möglichkeiten die ich für die zwischenmahlzeit nutzen kann man kann auch immer quark joghurt dünnflüssiger machen obst rein pürieren da geht natürlich auch sowas wie ein bisschen honig ein bisschen sirup also kleinere mengen natürlich dann kann ich saft und joghurt mixen um zum beispiel die shakes selber zu machen für alle die die von in die pulvershakes nicht so mögen dann in die eiweißquellen immer gucken dass ein schuss öl mit rein kommt also bei dem shakes kann man gut schuss rapsöl mit rein machen weil das öl ist immer wichtig für die gesunden fette und es führt immer dazu dass der körperfettanteil in der regel auch besser runter geht man kann auch in der warme zeit ein bisschen öl drauf machen es geht darum ein zwei esslöffel öl pro tag für die gesunden fette für die leber dass sie nicht so viel cholesterin herstellen muss am ende auch über die nahrung aufzunehmen die fette da sind die anteile der fettsäuren drin die lebensnotwendig sind die wichtigen fettlöslichen vitamine und die brauchen wir eben auch immer besonders bei den magen op ist für kleinere portionen zur portionsmenge noch mal man sagt im durchschnitt kaffeetasse damit ihr eine vorstellung habt für die mahlzeit also pro mahlzeit man hat die möglichkeit zwischen 80 und in einem durchschnitt 120 130 gar wenn es flüssigkeiten sind gibt es einige patienten die auch manchmal so in 150 bis 200 gramm gehen man muss bei der menge aufpassen dass nicht zu viel kommt damit wir da nicht den die struktur magen ist eine muskulatur denen und sozusagen zu schnell wieder zu viel essen also immer aufs gute bauchgefühl hören gucken wenn druck ist aufhören und er in die mehreren mahlzeiten zu gehen so ich hoffe und drückt all den die daumen die so ein bisschen stillstand haben eiweiß quelle einbauen essen nicht vergessen ganz liebe grüße eure sandra habt einen schönen tag